und so das mega traum festival steht an und es wird vier neue fritzen geben die ich einmal gleich mir anschauen werde hier tut man auch sehen es gibt wieder so medaillentransfer benutze den transfer und erhalte medaillen sammeln sie und tauschen sie gegen spieler gut also wird es wieder so was wie ein sp shop geben zur not kann man sich also ein spieler kaufen die frage ist nur für wie viel ich tippe 1500 also 1500 bälle pro banner und dann kann man sich zur not einkaufen das ist gut weil ich unbedingt kalt sagen wir tun uns aber erst mal yoga anschauen pyrmonten extreme in extreme wechselte wieder zurück nach juventus völlig gestärkt nachdem er tor schützenkönig in der dritten italienischen liga wurde hier sein taktik skill können wir ignorieren es gibt bessere alle parameter plus 20 prozent braucht keiner ein neues super passiv mit spielrausch parameter steigen umso mehr an je weniger zeit im spiel verbleibt maximal 25 prozent wird zurückgesetzt zur halbzeit und zu beginn der ersten und zweiten hälfte der verlängerung das heißt es wie er wird immer stärker je mehr er spielt das schauen wir uns mal in der hilfe an da ist das detaillierte aufgelistet so da tut es stehen so stärkte vorgegebene parameter umso mehr anja ist nur doch gelesen beispiel hier ist ein beispiel für ein tor mit ab bei dem der spieler bei einem feld spielfeld manöre einen schuss abgegeben hat kommt der parameter steigungseffekt zum zeitpunkt des schusses zur anwendung ok also nur sein schuss wert wenn er auf dem keeper auf zu geflogen kommt so beispiel falls die vorgehende spielzeit 45 minuten beträgt je weniger zeit im spiel verbleibt ok maximal 30 prozent ok das heißt kurz vor ende kann er bis zu 30 prozent stärker sein als zu beginn eines einer halbzeit ja hier steht es zum zeitpunkt 00 parameter steigerungen im prozent und dann ändert sich das in stufen ab der vierzigsten spiel minute hat man dann 30 prozent maximum also kann er kurz vor schluss 30 prozent bessere schüsse abfolgen so kann man es glaube ich gut zusammenfassen zurück damit haben wir dieses neue passiv war geklärt komm lade und dann hast du wieder drauf na los du unter russ mach so das war sein passiv war das ist ein neuer schuss mit 520 momentum ist das ein sehr guter schuss sehr guter einzelschuss er kann dribbeln und er kann auch abfangen warum auch immer und hier seine bande er ist kein debuff spieler das ist schon mal gut jeder ist kein debuffer drei prozent plus sechs japanische noch sind 4,5 prozent block gelade auch also kann er am besten schießen wo er kann also am besten immer schießen dribbling hatte lauf der stanz dreimal also wenn er dribbelt wird er sehr viel wird er sehr weit nach vorne gelangen und wenig ausdauer verbrauch macht ihnen sehr gut so kommen wir zu der auch eine komische super erweckung hat die total irrelevant ist für den dreamfest spiel so und jetzt dieses aushelfen auch ein neues passiver wenn ein mitspieler in einem bestimmten bereich allein ein verteidigungs matchup bestreitet nimmt der spieler selbst daran teil dazu gilt für ihn bei einem durch den effekt von aushelfen bestrittene matchup eigener ausdauer verbrauch minus 15 prozent okay ich erkläre es wie bei den schmidt brüdern zum beispiel kommt immer der andere schmidt bruder oder nicht immer aber oft dem anderen schmidt bruder wenn er alleine matchup ist zu hilfe kommt jeden immer zu hilfe sobald ein einzelner mitspieler ein matchup bestreitet oder mal gucken ja bin ein mitspieler in einem bestimmten ach so im bestimmten bereich also es muss schon einen bestimmten bereich sein wo er wieder kommt wahrscheinlich irgendwo und dessen defensiven mittelfeld und wenn er dann im matchup gerät dann verbraucht er nur verbrauchte weniger ausdauer ist gut aber das mit dem bestimmten bereich stört mich schon ich dachte es ist tatsächlich überall aber ne bestimmter bereich dieselbe bande bei drei club spielen drei prozent bei sechs japaner noch mal 1,5 drauf je höher die ausdauer desto stärker ist er und er kann er kann automatisch abfangen automatisch abfangen okay das macht ihn zum guten defensiven mittelfeld spieler und hier beim matchup moment beim matchup noch mal ausdauer der gegner der gegner hat ausdauer verbrauch noch mal zehn prozent drauf ausdauerkiller und ausdauersparer nicht schlecht jetzt kommen wir zu den europäern die melodie des siegers in paris pierre wechselt ihren extrem zu präsentium er hat auch eine kack erweckung skill die total irrelevant ist straffraum schütze wie schneider egal wo im straffraum er hat immer den stärksten schuss dann und unbeeinflusst von distanzwinkel und so kann so guten schuss wie yoga aber immer noch gut genug mit 500 momentum im bodenschutz champagner duo was nur sinn macht natürlich napoleon ist doch schon bei der dorne oder ist dass mich sagen egal ich denke napoleon ist das künstlerischer dribbel angriff kann er auch okay ja selber bande drei bei club spielern 1,5 bei nicht japanischen spielern dann das heißt man kann nicht alle vier spielen lassen für die maximale bande 2 müssten dann ja 2 1,5 effekte gehen raus wenn man tatsächlich alle fährt das finde ich gut also bei richtiger voraussage match up war noch mal zehn prozent beim match up sie kraft von schuss spezialfähigkeit nach wenn ein match up gewinnt ist sein nächster schuss noch mal 20 prozent stärker das ist gut das habe ich übersehen das macht ihn doch viel besser als ich dachte und auch er kann wie yoga dribbeln also läuft es dann ist dreimal doch das macht ihn okay das macht sein weniger momentum im vergleich zur yoga wissen wird das ist glaube ich ganz gut so und das ist hermann die katze kalt der bei hamburg spielt ein super enger mann decker so jetzt kommen wir das habe ich glaube ich noch nicht ganz verstanden deckungs abwehr auch neues passiver bei einem verteidigungs match up des eigenen teams nimmt der spieler selbst daran teil falls es sich um ein match up mit einem gegenspieler handelt den er während des spiels deckt das moment bei einem verteidigungs match up des eigenen teams nimmt der spieler selbst daran teil er nimmt also teil falls es sich um ein match up mit einem gegenspieler handelt den er während des spiels deckt was bedeutet das wo weiß ich wenn er während des spiels deckt das verstehe ich nicht muss er schon während des spiels ein im match up begegnet sein aber da man das nur zweimal ausführen kann pro halbzeit ist doch egal das sollte eigentlich bei jedem gegenspieler sein komisch ich denke aber trotzdem ist so was wie nur dass das überall auf dem feld sein kann er hat lustigerweise noch eine spezial fähigkeit mit dem abfang das bei kalt serra s abfang technik und natürlich drei bande auf club und 1,5 auf nicht japanus so je geringer die ausdauer desto höher sind die parameter also auf jeden fall immer ackern lassen damit er sehr wenig ausdauer hat für gute effekte und hier entschlossen hat das ist auch wichtig wenn so lange ausdauer über 1 ist kann immer noch ein special skill machen das ist sehr gut er unterdrückt eine spezialfähigkeit ja schade kein automatisches abfangen braucht auch nicht bei diesem passiver so das sind die vier spieler und wahrscheinlich sind kalt pia in einem banner und aui und die yuga in dem anderen und wir sehen uns silvester wenn es losgeht wieder wieder wieder